Ja, Silvester ist noch gar nicht so lange her, nicht wahr? Das Warten auf Mitternacht, die Vorfreude, die Gedanken, was nächstes Jahr alles sein wird oder auch nicht. Das Abschließen, der Neuanfang eines neuen Jahres. Nicht so schön ist dieser Abend für Personen, die genau wissen, sie werden um Mitternacht niemanden haben, mit dem sie sich austauschen können. So ergeht es auch dem US-Amerikaner Jem. Ihm ist klar, den Wechsel in das neue Jahr, da wird niemand bei ihm sein, obwohl er sich das sehr wünschen würde. Doch dann bekommt Jem spontan eine Nachricht. Es ist eine Einladung, das Ehepaar Welch, gute Freunde, seit vielen Jahren, sie laden ihn an Silvester zum Essen ein. Sie wissen, wie Jem sich fühlt und sagen, komm zu uns, wir kochen etwas Leckeres, machen es uns mit den Kindern bequem, sei dabei. Jem nimmt diese Einladung sofort und auch sehr glücklich an. Wie toll, großzügig und vor allem aufmerksam ist das. Anna und ihr Ehemann Brian sind wirklich nette und gute Freunde. Jem wird später sagen, sie hatten einen absolut wundervollen Silvesterabend. Brian hatte etwas Leckeres gekocht, man hat sich viel und gut unterhalten, hatte viel Spaß. Jem hat noch keine Ahnung, dass er an diesem Abend Anna zum letzten Mal sehen wird. Dieser Fall ist in vielerlei Hinsicht sehr anders. Noch kennen wir nicht das Ende. Noch gibt es so viele Informationen, dass ich mir sogar vorstellen könnte, irgendwann eine Art Fortsetzung zu machen, weil es gibt hier wirklich so viel zu erzählen. Und dies ist wohl das erste Mal, dass wir hier ein Ehepaar haben, das keine Bilderbuch-Ehe führt. Sonst heißt es ja, die waren immer so lieb zueinander, alles flockig, perfekt, Käsekuchen, wer hätte das ahnen können. Aber nein, hier gibt es auf beiden Seiten sehr viele Geheimnisse und auch noch jetzt, ein Jahr später, kommen da noch so viele Sachen heraus. Darum habe ich mich entschieden, euch davon zu erzählen, weil man hier sicherlich gut und viel diskutieren kann. Darum fangen wir an. Alles beginnt zumindest so, wie wir es gewohnt sind. Und zwar mit einem Traum. Am 13. April 1983 kommt in Serbien Anna zur Welt. Sie war die zweite Tochter ihrer Eltern, hat eine ältere Schwester namens Alexandra und schon früh war klar, dass Anna sehr motiviert war, eines Tages viel zu erreichen. Sie wusste, sie will einmal eine beruflich sehr erfolgreiche Person sein. Darauf arbeitet sie dann auch schon sehr früh hin. Sie besucht das Gymnasium, studiert dann Französisch und Literatur. Anna wird als fröhlich, freundlich und sehr hübsch beschrieben. Sie hatte eine natürliche Schönheit, war immer sehr lustig, zuverlässig und allgemein sehr bei anderen beliebt. Sie hatte immer sehr viele Freunde. Mit 22 verändert Anna dann alles, was sie kennt, indem sie nach Amerika geht. Anna wusste ganz genau, sie will und wird einmal viel erreichen. Dort, so weit weg, hat sie einfach bessere Chancen, sich schneller die große Karriere aufzubauen, die sie schon immer haben wollte. Außerdem hatte sie wohl auch Familie dort, das heißt, sie würde da direkt eine Erlaubnis bekommen, dauerhaft zu bleiben und das macht Anna dann auch. 2005 wohnt sie im Osten, im US-Bundesstaat Virginia, genauer gesagt in der sehr kleinen Stadt Washington, die nur 200 Einwohner hat. Ja, nicht verwechseln, es gibt in den USA eine Menge Orte, die etwas mit Washington heißen. Diese kleine Stadt, von der ich jetzt hier spreche, befindet sich ca. 300 Meilen westlich von New York. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, hä? Wie will man sich an so einem Ort denn bitte eine große Karriere aufbauen? Nun, ganz einfach. Und das muss man Anna wirklich lassen. Ihr Traum vom beruflichen Erfolg war ihr so wichtig, dass sie wirklich jeden Tag daran gearbeitet hat, sich zu verbessern. Und nicht nur das. Anna ist immer sehr bewusst vorgegangen. Sie ist nicht einfach in das nächste Gebäude spaziert und hat da nach einem Job gefragt. Nein, Anna guckt, dass sie direkt nur Jobs hat, die sie gleich auch noch viel weiterbringen. Darum arbeitet sie im The Inn at Little Washington. Das ist ein sehr luxuriöses Hotel, welches sich in dieser kleinen Stadt befindet. Und nicht nur das. Das ist eines der besten in der gesamten Gegend, in allen Kategorien. Also, wenn man da übernachten will, darf Geld keine Rolle spielen. Dort zu arbeiten war für Anna sicherlich nicht einfach, besonders wenn man neu ist, keine Erfahrung hat. Luxus wird da sehr groß geschrieben. Aber das war genau das Richtige für sie. Anna wollte schnell Erfahrungen sammeln in der Hotelbranche. An so einem Ort bewirbt sich kaum jemand. Aber man lernt eben genau da alles und direkt von den Besten. Und so baut Anna sich langsam aber sicher eine Karriere auf. Also, das muss man erstmal haben, diese Disziplin. Sie hat dann auch immer mal wieder den Arbeitgeber gewechselt, um noch mehr zu sehen und zu lernen. Sie ist umgezogen nach New York in einem Hotel, hat sie dann alles gemacht, vom Zimmer reinigen bis hin zum an der Rezeption sitzen. Sie wird auch immer wieder befördert, weil sie sehr fleißig und motiviert ist. Irgendwann arbeitet sie nur noch in der Verwaltung, schreibt Pläne. Sie geht eine Weile dann sogar auch noch nebenbei aufs College, belegt Abendkurse. Was Anna da studiert hat, kann ich nicht so genau übersetzen. Sagen wir einfach, sie hat Management studiert, aber im Bereich Hotel. Also, Anna hat gelernt, Businesspläne zu erstellen, ein Unternehmen zu führen, aber auch zu beraten, Zahlen auszuwerten, Mitarbeiter auszubilden. Sie kannte sich aber auch aus mit Catering. Wie plant man ein großes Event? Wie dekoriere ich etwas stilvoll und ansprechend? Also, alles wirklich sehr bewundernswert. So viel zu machen für den eigenen Traum. Das ging natürlich auch nicht über Nacht. Das dauerte schon ein paar Jahre. In der Zwischenzeit lernt Anna dann 2007 auch einen Mann namens Mark kennen, den sie heiratet. Sie wechselt immer noch, immer wieder die Arbeit, wenn sie ein besseres Angebot bekommt. Und in dieser Zeit lernt sie auch Brian Welsh kennen. Brian ist elf Jahre älter als Anna. Als sie sich 2008 kennenlernen, arbeitet sie in einem Hotel in Lennox, Massachusetts. Also wieder woanders. Das ist so 200 Meilen nördlich von New York. Anna ist unter der Woche durch ihre Arbeit meistens oft gar nicht zu Hause. Ich habe auch gelesen, eine Zeit lang hat sie in Boston gearbeitet. Und ja, Anna war verheiratet, als sie Brian begegnet. Er war wohl ein Gast in dem Hotel, wo sie gearbeitet hat. Und sie wird später sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Sie hat sich sofort in Brian verliebt. Sie wusste ganz genau, er ist die Liebe ihres Lebens. Aber Anna hat diese Gedanken für sich behalten. Sie war pflichtbewusst und auch treu ihrem Ehemann gegenüber. Sie hatte da jetzt nicht vor, aus ihrer Ehe auszusteigen für einen Mann, dem sie gerade erst begegnet war. Sie und Brian werden dann erst einmal gute Freunde, halten über viele Jahre guten Kontakt zueinander. Oder als Anna dann erst Jahre später allen mitteilt, dass ihre Ehe nun vorbei ist, wird es zwischen ihr und Brian dann doch noch romantisch. Sie ziehen zusammen, heiraten, circa zwei Jahre später im Dezember 2016 in Serbien. Das Ehepaar mietet sich dann ein Haus in Cohasset. Das ist eine 8000-Einwohner-Stadt in Massachusetts. Und obwohl Anna und Brian dann eine Familie gründen, sie bekommen drei Söhne, jeweils im Abstand von circa zwei Jahren. Anna arbeitet nach wie vor und sehr viel. Ihre Karriere war ihr immer noch sehr wichtig. Obwohl sie mittlerweile Managerin mehrerer Hotels war, sie wollte immer weiter, immer höher. Und dann kommt sie die große Chance, auf die sie sehr lange gewartet hat. Anna wird eine Stelle als Immobilienmaklerin angeboten bei Tischmann's Bayer. Das wird euch jetzt nichts sagen, aber das ist eine der Besten auf diesem Gebiet. Die verkaufen fast nur absolute Luxusimmobilien. Ihr kennt das bestimmt, diese Kurzvideos. So, hallo, heute schauen wir uns ein 30-Millionen-Dollar-Apartment in Manhattan an. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann guckt man sich das an, seufzt und scrollt wieder weiter. Also die Firma, die Anna da einstellen wollte, denen gehört halt zum Beispiel einfach mal das Chrysler Building. Wer aus Frankfurt kommt, der kennt vielleicht den Messeturm. Den besitzen die auch. Das Rockefeller Center. Ebenso ein sehr großes und berühmtes Gebäude. Wer es in diese Firma schafft, der verdient sehr viel Geld. Hannah war damit natürlich sehr, sehr glücklich. Das war vielleicht ein bisschen etwas anderes, aber sie machte auch als Immobilienmaklerin sich hervorragend. Im Februar 2022 hat sie da angefangen. Auch wenn das bedeutet, dass sie dann doch einiges umstellen musste in ihrem Alltag. Die neue Firma hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C. Ja, das ist wieder ein anderes Washington. Aber das kennen sicherlich die meisten. Das ist da, wo der Präsident wohnt. Anna musste jetzt unter der Woche mehr denn je pendeln. Grundsätzlich war das nichts Neues. Aber jetzt musste sie mit dem Flugzeug hin und her. Von Montags bis Freitags war sie nicht mehr zu Hause, sondern bei der Arbeit. Erst am Wochenende wieder daheim. Per Luftpost dauert das so eineinhalb Stunden, bis man da ist. Und das war sicherlich nicht einfach mit drei Söhnen. Die waren ja noch klein, aber Anna hat so viel für ihre Karriere gearbeitet. Sie wollte diesen Job unbedingt machen. Neun Monate später war dann auch längst alles Routine. Und dann kam der 4. Januar 2023. Am 4. Januar 2023 klingelt es bei der Familie Welch an der Haustür. Ein sehr überraschter Brian öffnet und sieht zwei Beamte, die ihn fragen, wo denn seine Ehefrau Anna ist. Ihre Kollegen haben angerufen. Sie ist nicht wie vereinbart zur Arbeit erschienen. Sie hätte gestern da sein müssen. Das ist aber nicht passiert. Sie reagiert weder auf Anrufe noch irgendetwas. Sie hat sich nicht gemeldet oder gesagt, sie kommt nicht. Das gab es bei ihr noch nie. Wo ist sie denn? Ist alles in Ordnung? Brian gibt dann an, dass ihn diese Frage sehr überrascht. Anna hat laut ihm vor drei Tagen das Haus verlassen. Am 1.1., wenige Stunden nach Silvester, nachdem sie alle ins Bett sind, hätte Anna einen Anruf bekommen von ihrem Arbeitgeber. Sie hätte eigentlich erst wieder am 3.1. arbeiten müssen, aber sie wurde telefonisch gebeten, sofort in den nächsten Flieger zu steigen und herzukommen. Brian hat es nur so am Rande mitbekommen. Er war gerade erst eingeschlafen. Er weiß nur noch, dass Anna ihn aufgeweckt hat. Sie meinte zu ihm, ja, sie hat einen Anruf bekommen. Sie geht früher als geplant zur Arbeit und weg war sie. Brian dachte in den letzten Tagen, sie war wohl zu beschäftigt, um mal anzurufen oder zu sagen, bin gut angekommen. Er war dann auch schnell der Meinung, wenn Anna nicht bei der Arbeit ist, dann muss etwas passiert sein. Er will jetzt auch wissen, wo sie ist. Und damit beginnt die Suche. Man macht zuerst einmal das Übliche. Man ruft alle Flughäfen in der Umgebung an. Anna kann nur per Flugzeug zu ihrem Arbeitgeber kommen. Mit dem Auto würde das viel zu lange dauern und wäre viel zu kompliziert. Aber die Daten, die man dann zurückbekommt, zeigen, Anna war in den letzten Tagen an keinem Flughafen. Sie hat nicht einmal, wie sonst eigentlich auch immer, ihren Fahrdienst angerufen. Normalerweise hat sie über eine App sich ein Taxi gebucht zum Flughafen. Es macht ja keinen Sinn, dass da ein Auto immer und ewig in einem Parkhaus steht. Aber nicht einmal da hat sie angerufen. Sie hat auch kein Flugticket gekauft. Sie hatte nur eins für den dritten Ersten. Also, hm, interessant. Handydaten zeigen dann an, dass Anna das letzte Mal eingeloggt wurde, am zweiten Ersten. Wobei ich das hier wohl etwas klarer definieren muss. Also, selbst wenn man an einem Smartphone nichts macht, das Gerät ist eingeschaltet und das sucht dann immer mal wieder die Verbindung zum zum Beispiel nächsten Router. Daher kann man sagen, dass Anna am 1.1. irgendwie nicht einmal zur Haustür herauskam. Am 2.1. wurde das Gerät ausgeschaltet. Wo es jetzt ist? Das ist eine sehr gute Frage. Brian kann sich das Ganze nicht erklären. Er ist sich sicher. Anna ist am 1.1. aus dem Haus, zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Ihre Ehe war glücklich. Beide haben sich sehr auf das neue Jahr gefreut. Jetzt, wo Anna beruflich endlich den Job und das Gehalt hatte, das sie immer wollte. Jetzt sollte sich all die Arbeit, die sie sich gemacht hat, über so viele Jahre endlich auszahlen. Sie hatte gar keinen Grund, irgendwie wegzugehen oder irgendwas zu machen. In der Küche findet man dann auch einen Zettel, den Anna wohl an Silvester geschrieben hat, für ihren Ehemann. Darauf stand, so nach dem Motto, 2022, was für ein tolles Jahr. Ich freue mich so sehr auf das, was noch kommt. Wir haben so viel geschafft als Ehepaar. Wir sind die Autorin unseres Alltags und so weiter. Eine eigentlich sehr schöne, positive Nachricht an Brian. Auch dieser Freund Jem, der ja an Neujahr da war, der meinte auch, Brian und Anna waren wie immer. Sie haben sich sehr auf das neue Jahr gefreut. Für ihn war das ein superschöner Abend. Er war dankbar, dass das Ehepaar an ihn gedacht hat, ihn eingeladen hat. Anna war um Mitternacht fröhlich. Sie hat ihre Freunde angerufen, hat allen geschrieben. Frohes neues Jahr. Ja, aber Jem ist so ziemlich der Einzige, der so positiv über die beiden gesprochen hat. Ach, und Annas Mutter. Sie meinte, Brian und Anna waren das perfekte Ehepaar. Sie seien absolut tolle, aufrichtige Menschen, die beide sehr gut zusammenpassen. Anna ist laut ihrer Meinung wohl irgendwo da draußen. Wahrscheinlich will sie alles hinter sich lassen. Vielleicht war ihr die ganze Arbeit in den letzten Jahren zu viel. Darum ist sie irgendwo hingegangen ohne ihr Smartphone. Aber eines Tages wird sie wieder da sein. Die Freunde von dem Ehepaar sehen das alles ein bisschen sehr anders. Freunde von Anna meinten, das perfekte Ehepaar, von wegen. Die Ehe war so gut wie am Ende. Das ist einem nur aufgefallen, wenn man beide sehr gut gekannt hat. Anna und Brian waren noch in der Phase, wo sie das recht gut überspielen konnten, dass vor allem Anna aus dieser Ehe heraus wollte. Grund dafür war die Bildergeschichte, die seit Jahren lief, und die Bademantelgeschichte. Das sind auch so zwei Sachen, aber da kommen wir später dazu. Allen voran muss ich noch betonen, dass Annas Arbeitgeber dann sagt, nein, wir haben Anna in den Morgenstunden des 1.1. nicht angerufen und gesagt, kommt zur Arbeit. Sonst hätten sie sich auch schon viel früher gemeldet. Und auch ein Ehepaar schildert, dass Anna sehr gut kennt, dass sie um Weihnachten und Silvester herum sich sehr komisch benommen hat. Anna war so jemand, sie hat das ganze Geld, welches sie über viele Jahre verdient hat, grundsätzlich reinvestiert. Das heißt, sie hat auch vor ihrem Job als Immobilienmaklerin Wohnungen und Häuser gekauft. Mit der Miete hat sie sich ein zusätzliches Einkommen geschaffen und damit hat sie auch weitere Immobilien gekauft. Und das Ehepaar, von dem ich hier rede, hat in einer Wohnung gewohnt, die Anna gehört. Vier Jahre lang ging das. Die hatten eine superschöne Wohnung, auch mit einem sehr günstigen Mietpreis monatlich, weil Anna gesagt hat, kommen von Freunden, verlange ich ein bisschen weniger. Und dann kam Anna an Weihnachten, um den beiden zu sagen, dass sie die Wohnung spontan verkauft hat, mit 80.000 Dollar Gewinn. Und dass diese Freunde jetzt eben sehr schnell ausziehen müssen. Dieses Ehepaar war darüber alles andere als begeistert. Sie haben sofort ganz viele Fragen gestellt. Warum so spontan? Warum sagst du uns nichts, dass du diese Wohnung verkaufen willst? Kann man da nicht noch irgendwas machen, dass wir weiter Mieter drin bleiben können? Irgendwas. Und Anna sei anscheinend darauf an die Decke gesprungen. Also das war gar nicht üblich. Sie war immer freundlich, konzentriert, professionell, beherrscht. Dieses Ehepaar meint, sie hat reagiert, wie Britney, die erfahren hat, dass Justin nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Also dazu muss ich sagen, das ist nicht meine Formulierung. So haben die das gesagt. Auf einmal stand da vor ihnen eine komplett andere Anna. So haben sie sie noch nie gesehen. Ich meine, es ist doch üblich, wenn du spontan so eine Nachricht bekommst, dass du erst einmal ganz viele Fragen hast. Und du bist auch nicht begeistert, dass du dir sofort eine neue Wohnung suchen musst. Es gab keinen Grund für Anna, so zu reagieren. Das war trotz allem ein normales Gespräch. Vor allem, wenn man eigentlich auch befreundet ist. Das Ehepaar hat sich an dem Tag Stunden später dann gefragt, hat Anna irgendwas? Ist bei ihr zu Hause alles in Ordnung? Weil so hat sie sich ja noch nie benommen. So sah das nämlich aus. Oder braucht sie auf einmal ganz schnell viel Geld? So, kommen wir zu der Bilder-Bademantel-Sache. Also zuerst einmal, Annas Freunde meinten ja, wie gesagt, ihre Ehe mit Brian war so gut wie am Ende. Die haben nie verstanden, was sie an ihm findet, weil er war das genaue Gegenteil von ihr. Sie arbeitet viel, ist ehrgeizig, motiviert und er eben nicht. Er konnte nur die Hand aufhalten und sagen, mach mal. Und dass die Ehe jetzt am Ende war, das lag eben an zwei sehr großen Punkten ihres gemeinsamen Alltags. Zum einen war es die Tatsache, dass Brian halt nichts gemacht hat. Er hatte keine Arbeit, er saß oft nur im Bademantel herum. Anna hat alles gemanagt. Das wäre ja noch in Ordnung gewesen, wenn Brian gesagt hätte, okay, ich bleib zu Hause, mach den Haushalt, guck nach den drei Söhnen. Aber das war nicht so. Anna musste alles klären und unter der Woche, wenn sie nicht da war, hat sie Personal im Haus gehabt, die alles machen, was Brian hätte machen können. Aber nein, er verbringt, wie gesagt, die Tage lieber im Bademantel. Wenn er rausgeht, dann nur um etwas einzukaufen oder irgendwas zu machen, das nur ihm Spaß macht. Gelegentlich hat er immer mal wieder versucht, irgendwelche Geschäftsideen zu einem Business zu machen. Funktioniert hat es aber so gut wie nie. Die Freunde sagen, dass Anna besonders in den letzten Monaten, wo sie eben so gut verdient hat, weil sie diesen neuen Job hatte, da hat auch sie angefangen zu sehen, was eigentlich alle um sie herum von Anfang an gesehen haben. Was mache ich hier eigentlich? Wir sind in dieser Ehe kein Team. Der macht, was er will. Und ich habe dadurch doppelt und dreifache Arbeit. Und Anna hat in diesen letzten Monaten das Brian, aber auch immer mal wieder sehr direkt aufs Brot geschmiert. Sogar, wenn andere, also Freunde, dabei waren. Da hat sie Brian heruntergeputzt, so nach dem Motto, du sitzt schon wieder da im Bademantel, du machst den ganzen Tag nichts, warum stelle ich hier Personen für etwas ein, das du machen könntest? Dann kamen dann auch so Sachen wie Ja, du bist kein Mann. Also die Sprüchepalette. Das hat auch Freunde überrascht, dass Anna sowas macht. Und das bringt uns dann zu der Bildergeschichte. Im Jahre 2021 war es für Brian nicht möglich, das Haus ohne Genehmigung zu verlassen. Grund dafür war, naja, wenn Brian geredet hat, hast du dir gedacht, wow, ein guter Kerl aus gutem Haus, der sich sehr gut ausdrücken kann, der alles hat, dem alles gelingt. Aber wenn du ihn dann kennengelernt hast, hast du dann ganz schnell gemerkt, so toll, wie er sich verkauft, ist er nicht im Ansatz. Also Brian wird beschrieben als so ein klassischer Richie Rich. Sein Vater war Arzt. Er ist in einem sehr wohlhabenden Haus aufgewachsen. Und er kannte immer nur das eine. Geld. Geld war da. Geld konnte er ausgeben, wann und wie er will. Und er kannte nur die Sprache des Geldes. Sein Vater hat ihm dann irgendwann gesagt, dass er ihn nicht mehr sehen will. Es gibt keine finanzielle Unterstützung mehr. Und generell, egal was ist, er braucht sich bei ihm nie wieder melden. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich später. Und Brian hat immer so getan, als wäre er ein ganz, ganz toller Geschäftsmann. Er hat im Laufe der Jahre immer mal wieder versucht, sich einen Namen zu machen als Kunsthändler. Und es war dann so, man konnte ihm im Jahre 2018 nachweisen, dass er eine Menge in der Branche angestellt hat. Immer mit derselben Methode. Wie erkläre ich euch das jetzt am besten? Also stellt euch mal vor, ich kaufe mir jetzt die echte Mona Lisa. Haha, wird nie passieren. Alles nur rein theoretisch, damit man das versteht. Und dann bringe ich dieses Gemälde zu einem Maler, der mir eine Kopie anfertigt, die eins zu eins wie das Original aussieht. Dann mache ich Fotos von dem echten Gemälde. Und wenn das dann einer kauft, versende ich die Kopie. Und damit das dann nicht auffällt, mache ich zwei Sachen. Ich schicke dem Verkäufer vorher ein Foto von der Rückseite des Gemäldes. Für die, die das nicht wissen, jedes teure, berühmte Bild, das hat auf der Rückseite immer so eine Art Echtheitssiegel oder eine Nummer, damit man auch für sich selbst überprüfen kann, ja, das ist das echte Gemälde, was ich da gekauft habe. Und das hat Brian über viele, viele Jahre so gemacht. Er hat teure, berühmte Bilder gekauft, sie von einem Künstler kopieren lassen, die Fotos von dem echten Gemälde dann bei Ebay reingestellt. Und wenn es dann verkauft wurde, hat er die Kopie versendet. Und als zweite Sache, damit das nicht auffällt, hat Brian bei der Übergabe dieses Bild in einem ganz, ganz teuren Bilderrahmen abgeliefert. Also solche Geschäfte werden oft in zum Beispiel Hotellobbys gemacht und Brian hat darauf spekuliert, dass er sehr gut reden konnte, dass der Kunde ja schon im Vorfeld ein Foto von der Rückseite bekommen hat und dass der dann einfach nur sagt, wow, das wird ja gleich in einem so hochwertigen Rahmen geliefert, das lasse ich jetzt so, das mache ich nicht auf, um auf die Rückseite nach diesem Zertifikat zu gucken, das wird schon das Original sein, ich habe ja Fotos gesehen. Solche Gemälde sollten auch nicht so oft an die Luft. Und ja, so hat Brian über ganz, ganz viele Jahre sehr viel Geld verdient. Man hat schon recht schnell gemerkt, dass Brian das nicht ehrlich macht, man hat ihn immer mal wieder beobachtet, man konnte ihm aber nie etwas nachweisen, obwohl es teilweise schon sehr eindeutig war, wie er das macht. Einige, die bei ihm etwas gekauft haben, haben ganz schnell gemerkt, dass die Kopie nicht im Ansatz so aussieht wie das Original. Ich spreche hier von Farben, also es gibt ja zum Beispiel mehr als ein Blau und manche Kopien sind so anders, dass es schon fast ein Witz ist. Brian hat sich aber viele, viele Jahre da immer herausreden können. Ja, Lichtverhältnisse lassen Farben oft anders aussehen oder er hat sich dann einfach nicht mehr bei den Leuten gemeldet, die ihr Geld zurückhaben wollten. Aufgeflogen ist das Ganze dann circa 2016. Brian hatte am College einen besten Freund, der sehr viel Geld hatte und der sich auch für Kunst interessiert hat. Nach seinem Studium ist dieser wieder zurück nach Südkorea, um dort zu arbeiten. Da war dennoch viele Jahre Kontakt mit Brian. Er hat seinen Freund da immer mal wieder besucht und 2016 hat Brian zu diesem Freund gesagt, komm, du hast doch noch ein paar Gemälde, die sind viel wert, ich würde sie abholen, in Amerika verkaufen, dann kriegen wir beide eine Menge Geld. Dieser Freund meinte, ja klar, warum nicht? Brian ist mein Freund, den vertraue ich. Und dann wurde es kompliziert. Brian hat erst angeblich nie einen Käufer gefunden, der Freund wollte dann nach einigen Monaten, dass Brian die Gemälde wieder zurückbringt und ja, dann hat es angefangen. Brian ist nicht mehr ans Telefon, er hat keine Mails mehr beantwortet, irgendwann hat dann ein Mann namens Ron mit Brian Kontakt aufgenommen. Er wollte zwei Bilder kaufen für 80.000 Dollar. Man hat sich dann in der Mitte der Strecke in einem Hotel getroffen. Man hat das Ganze dann auch ohne Ebay gemacht, um Gebühren zu sparen. Ron hat einen Mitarbeiter geschickt, der hat dieses Gemälde entgegengenommen, einen Check ausgestellt und als dieser dann bei ihm ankommt mit dem Gemälde, fällt ihm sofort auf, dass das nicht das Original ist. Er wollte dann Brian anrufen, der geht dann aber nicht mehr ans Telefon, wie bei seinem Freund vom College. Dieser Ron hatte wirklich eine Engelsgeduld. Irgendwann hat er Brian dann einfach gegoogelt, so konnte er die Nummer von seiner Mutter herauskriegen, die meinte aber nur, okay, sie redet mal mit Brian, da kam dann aber nichts. Dann ruft Ron Anna an, die ihm auch sagt, okay, ich klär das. Brian meldet sich dann auch. Er wusste selbst nicht, dass das Gemälde eine Kopie ist und was? Er kriegt natürlich sein Geld sofort zurück. Tja, das Ende vom Lied war dann, gesehen hat Ron nur 30.000 Dollar und ein Angebot von Ryan, dass er doch den Rest in Raten bezahlt. Und dann hat der gesagt, okay, mir reicht's. Ich rufe die Behörden. Die haben Brian dann eingesammelt. So kam das alles nach und nach heraus. Der Prozess hat dann allerdings etwas gedauert, weil es war ja diese nicht-magische Zeit, wo alles fünfmal länger gedauert hat. Brian wurde gestattet, er darf zu Hause bleiben, er muss nur jederzeit ein Gerät bei sich tragen, das aufzeichnet, wann er aus dem Haus geht und er muss vorher fragen, ob er aus dem Haus darf. Wenn er zum Beispiel die Söhne zur Schule bringt, war das kein Thema. Und das Ganze hat auch so lange gedauert, weil je mehr man über Brian herausgefunden hat, desto mehr wurde es. Es gab da diesen Freund, der gesagt hat, ich hab Brian 500.000 Dollar geliehen, das hab ich nie zurückbekommen. Brian war so jemand, du warst mit ihm essen und er hat gesagt, hey, wie sieht's aus, du zahlst heute und ich beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal hat er genau das Gleiche gesagt. Und ja, darum war die Ehe zwischen Anna und Brian so ziemlich am Ende. So wie die Freunde des Sehens, sie wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Es war einfach zu viel alles. Sowas braucht keiner. Verdien dein Geld ehrlich oder lass es, bleib zu Hause, guck nach den Söhnen. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Anna hat ihm doch die ganze Zeit gezeigt, dass das geht. Sie hat dann sogar noch dem Gericht einen ganz netten Brief geschrieben, in dem sie Brian als die Liebe ihres Lebens betitelt. Sie sagt, das Ganze war nur eine einmalige Sache. Sie stellt sicher, dass er sich bessern wird. Manche sagen deswegen aber auch, Anna war glücklich in der Ehe. Sie hatte keine Ahnung, was noch kommen wird. Aber das kann man nicht sagen. Was unglaublich ist, ist die Tatsache, dass Brian für sich selbst auch einen Brief geschrieben hat. Er ist ein toller, loyaler Mensch, der gut ist. Das sagt er sich jeden Tag. Er hat einen Vertrag mit sich selbst abgeschlossen, in dem er dazu verpflichtet ist, immer der Beste zu sein und jeder, der ihn kennt, kann das bestätigen. Er wird sich bessern. Er weiß das. Interessant. In Amerika kannst du ja sowas machen, wenn du vor Gericht stehst. Da kann eine Person einen Brief schreiben, in dem sie sich lobt und ist der Text gut, kann das angerechnet werden. Sowas habe ich immer mal wieder gesehen. Gibt es sowas in Deutschland eigentlich auch? Würde mich sehr interessieren. Aber so habe ich das auch noch nie gehört, dass jemand etwas für sich selbst schreibt. so, ja eigentlich bin ich ganz nett. Ich würde mich freisprechen. Auch interessant ist, dass Anna in ihrem Brief auf die ersten Jahre von Brian anspielt. Sie meint in ihrem Text auch, dass Brian für vieles, was er macht, eigentlich nichts kann. Das hat alles mit seinem Vater zu tun. Wir kommen noch zu diesem Thema. Erst einmal, klar, Brian rückt immer mehr in den Fokus der Beamten, weil weiß er doch, wo Anna ist? Ist er dafür verantwortlich? Einige Tage später geht man wieder zum Haus der Familie und beim Laufen zur Haustür fällt den Beamten auf, dass sich an Brines Auto etwas verändert hat. Beim ersten Besuch war im Auto. Die hinteren Sitze waren so eingerichtet, dass der Kofferraum größer ist und auf dem Boden war eine Plastikplane, die jetzt nicht mehr da war. Das ist kein gutes Zeichen. Man fragt Brian dann sofort, was war in seinem Auto und er meinte dann nur, er weiß nicht, was sie meinen. Er hat ein bisschen renoviert und das hat er jetzt alles weg. Dann wird Brian erst einmal eingesammelt und dann wird das Haus durchsucht. Man will von ihm wissen, was hat er in den Tagen vom 01.01. bis 01.01. so gemacht. Brian hatte ja ständig ein Gerät bei sich, das aufzeichnet, wann er aus dem Haus geht. Allerdings kann dieses Gerät nicht sagen, wo genau Brian war. Es gibt da nur eine Liste. Ist aus der Haustür raus, ist wieder rein um die und die Uhrzeit. Und jedes Mal, wenn er rausgehen möchte, muss er ja vorher fragen, ob er darf. Brian war in diesen Tagen natürlich mehrmals aus dem Haus. Die Quellen widersprechen sich hier. Die einen sagen, alles war vorher genehmigt. Andere sagen wiederum, nein, das stimmt nicht. Man will dann sein Smartphone haben, um zu wissen, wo er war in diesen Tagen und ob er die Wahrheit sagt. Nur meint Brian dann, dass er seit Silvester sein Smartphone für einige Tage nicht hatte. Die Söhne hatten das wohl, das lag irgendwo. Die haben wahrscheinlich damit gespielt und Brian hat es irgendwann zwischen Sofakissen gefunden. Er hatte sein Smartphone in diesen Tagen, in denen Anna verschwunden ist, nicht bei sich. Aber wo war Brian nun? Am 01.01. holt er sich jemand, der nach den Söhnen guckt. Er fährt zu seiner Mutter, die circa eine Stunde entfernt wohnt. Überwachungskameras zeigen aber, dass Brian für diese Strecke doch mehr Zeit gebraucht hat als üblich. Auf die Frage, warum ist das so, meint er, ja, er hat an diesem Tag eine andere Straße genommen. Er kennt den Weg eigentlich auswendig, aber irgendwie ist er gefahren, hat nicht nachgedacht. Auf einmal denkt er sich, oh, da hätte ich abbiegen müssen. Und ohne Smartphone wusste er nicht, wo er war. Es hat eine Weile gedauert, bis er wieder auf einer Straße war, wo er sich dachte, ah ja, stimmt, hier ist der Weg. Und am 02.01. war Brian mit den Söhnen Eis essen. Man überprüft auch das und jetzt ist es so. Es gibt Videoaufnahmen von Brian, wie er in einem Laden steht, der Eis verkauft, aber nirgends sieht man die Söhne. Würde man die nicht sehen? Er war ja ohne Begleitung unterwegs. Die sind im Alter von 2, 4, 6. Kein Alter, wo man sie lange unbeaufsichtig lässt, oder? Mal abgesehen davon, ein Sohn hatte Schule, der musste im Homeoffice sein. Warum ist Brian um diese Zeit mit allen Eis essen, wenn es denn stimmt? Und es tauchen im Umkreis dann auch ganz viele Videos von Brian auf, wie er Sachen einkauft und Sachen wegbringt. Am 02.01. war er unter anderem ohne Söhne in einem Markt unterwegs, der so ziemlich alles verkauft. Und Brian kauft für sage und schreibe 450 Dollar Sachen wie ein Eimer, Handschuhe, Paketband, Plastikplane, Reinigungsmittel, einen Besen, einen Schwamm. Also all die Sachen, wo man sich als Kassierer an der Kasse denkt, hoffentlich renoviert der. Aber Brian kauft dann auch Sachen, die man zum Backen verwendet. Und dann gibt's noch einige Videos, die Brian zeigen in einem Zeitraum vom 02.01. bis zum 05.01., wie er immer mal wieder in der Gegend herumfährt und alles Mögliche zu Container bringt. Er tut da überall so dunkle Müllsäcke hinein. Und der Inhalt ist so schwer, dass Brian sich da sehr anstrengen muss. Ja, was hat Brian da so mühevoll mehrere Tage weggebracht? Man ist sich sofort sicher, Anna war da drin. Sie hat ihr Haus an diesem 01.01. nicht mehr verlassen. Brian wollte sie loswerden und das ist ihm auch gelungen. Man findet rote Flecken in der Garage des Hauses. Außerdem einen sehr interessanten Browserverlauf auf dem iPad der Söhne. Keiner von denen kann so gut schreiben. Also kann man davon ausgehen, dass Brian all diese Dinge gesucht hat. Und was er da eingetippt hat, ist unglaublich. Da waren dann so Sachen wie wann fängt ein Körper an zu riechen? Was ist der beste Bundesstaat für eine Scheidung? Sollte man Beweise behalten oder lieber wegbringen? Kann man mit Sachen, die man zum Beispiel zum Backen verwendet, irgendwelche Gerüche loswerden? Zehn Möglichkeiten, einen Körper wegzubringen, dass keiner ihn sicher findet? Wie reinigt man Oberflächen von allem? Und das geht munter so weiter. Brian hat damit angefangen ab dem 27.12. bis zum 01.01. Also an dieser Stelle, ich verstehe es nicht. Wie kann man sowas machen? Also ist es nicht jedem klar, dass das Erste, was heutzutage überprüft wird, das sind alle elektronischen Geräte im Haus. Alle. Ich werde hier nicht alle Fragen, die Brian an das Internet hatte, vorlesen. Das ist hier kein Tutorial. Ich frage mich aber auch, was sagt es eigentlich über mich aus, dass ich die meisten seiner Fragen beantworten könnte? Ich meine, ich bin kein Profi, ich würde mich nie als Profi bezeichnen, aber in all den Jahren eignet man sich doch auch ein gewisses Wissen an. Eine Frage, die ich beantworten kann von Brian, wie lange hält sich DNA? Also unter normalem Wetter in freier Luft und Natur sagt man 10.000 Jahre. Das ist aber nur eine grobe Schätzung. Das weiß ich aber auch nur, weil ich mich vielleicht alle paar Jahre schlau mache, ob es nicht irgendwann vielleicht doch ein Jurassic Park geben könnte. Vielleicht würde sich jemand, der nicht ich bin, sondern eine gute Freundin mit einem süßen T-Rex eines Tages... Warte, was? Zurück zum Thema. Ich kann eigentlich alle Fragen, die Brian hatte, in einem Satz beantworten. Lass es. Sich einzugestehen, dass die Ehe nicht mehr funktioniert, die Scheidung einreichen und sich ehrliche Arbeit suchen, ist viel, viel billiger. Und die beste und einzige Lösung in so einer Situation. Ja, je mehr man über Brian herausfindet, desto mehr Sachen kommen heraus. Am 8. Januar wird ihm dann gesagt, dass er nicht mehr nach Hause gehen darf. Man versucht nun, das zu finden, was Brian in vermutlich sechs Container in fünf Tagen gebracht hat. Man findet dann aber nur das Letzte, das Brian weggebracht hat. Am 5.1. tauchen noch einmal Aufnahmen von ihm auf, wie er etwas wegbringt. Und da war man rechtzeitig da und ja, man findet da dann Schmuck von Anna, ihre Schuhe, Kleidung, ein Overall, einen Teppich, ihr Ausweis von der Arbeit und alles ist nass und rot. Damit war die Sache klar. Auch wenn Brian dabei bleibt, er hat keine Ahnung, wo Anna ist, er weiß es nicht. Er hat nichts gemacht. Er hat nach diesem 4.1. immer noch mal versucht, Interviews zu geben und er hat stets betont, dass er ja auch derjenige war, der sofort alle angerufen hat, ob jemand weiß, wo Anna ist. Aber Tatsache ist, so ziemlich alles spricht gegen allen voran Annas Vermögen, das auf zwei bis vier Millionen Dollar geschätzt wird. Sie hat über viele Jahre ganz clever investiert. Sie hatte so viele Immobilien, dass nicht ganz klar ist, wie viel Geld sie hatte. Nur eines weiß man ganz genau, Brians Name steht nirgends. Alles, was Anna irgendwie gemacht oder gekauft hat, alles nur auf ihren Namen. Also hätte Anna gesagt, das war's, hätte Brian gar nichts mehr gehabt. Und damit haben wir einen Grund für all das. Je mehr man herausfindet, desto mehr Storys über ihn kommen heraus und allen voran die Sache mit seinem Vater. Ein wirklich interessantes Kapitel ist Brians Vergangenheit. Brian war zu Beginn jemand, der ja sehr viel Geld hatte, materiell hatte alles bekommen und auch Ruhm und Ansehen wegen seinem Vater. Die Eltern lassen sich irgendwann scheiden. Brian meint, er konnte es seinem Vater nie recht machen. Egal, was er gemacht hat, er war nie gut genug. Jedoch würde man diesem die Fragen stellen, warum war Brian nie gut genug, würde die Antwort wohl heißen, naja, Brian kann nichts außer lügen und die Hand aufhalten, so nach dem Motto gib mir alles, aber tun werde ich dafür nichts. Brian hätte immer alles bekommen, er wollte aber immer nur mehr und zum Beispiel nicht für die Schule lernen. Irgendwann ging dann gar nichts mehr, Brian hat sich dann in Behandlung begeben, dort wurde dann ein Dokument erstellt, aus dem hervorgeht, dass Brian keinerlei Empathie besitzt, er sieht nur sich, andere haben ihm das zu geben, was er will. Man weiß das, weil Brian, nachdem er dieses Dokument erhalten hat, sein Vater angerufen hat, so nach dem Motto, das ist deine Verantwortung, ich kann ja normal werden, wenn du mir das Programm, das hier angeboten wird, bezahlst und sein Vater hat es dann abgelehnt, weil Brian ist halt in eine Luxuseinrichtung und der Vater meinte, nö, das bezahle ich nicht, das ist mir zu viel Geld, außerdem machst du nie was zu Ende. Brians Vater hat dann irgendwann gesagt, er will gar keinen Kontakt mehr zu ihm, Brian braucht ihn nie wieder anrufen, besuchen irgendwas, er ist fertig mit ihm. Er tut so, als hätte es ihn nie gegeben und er wird auch eines Tages keinen Cent von ihm bekommen. Das liegt unter anderem auch daran, dass man Brian nachweisen konnte, dass er wohl circa eine Million Dollar aus dem Haus seines Vaters hat mitgehen lassen. Man weiß nicht, über welchen Zeitraum, aber man hat halt irgendwann gemerkt, dass Brian jedes Mal, wenn er seinen Vater besucht hat, irgendwas mitgenommen hat, Bilder, Bargeld, Möbel und darum hatte er in den letzten Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, der wollte von ihm nichts mehr wissen und der Vater hat in all den Jahren zu Freunden, Verwandten immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, guckt, dass Brian keinen Cent bekommt und so war es dann auch. Alles ging an einen Neffen, als es soweit war. Brian hat noch versucht, da etwas zu machen. Er meinte, sein Vater hat sich in den letzten Jahren doch wieder bei ihm gemeldet, sie haben sich ausgesprochen, sie haben sich arrangiert mit der Situation und sie haben sich eigentlich auch gut verstanden. Es ging ihm am Ende wohl nicht so gut, er hat bestimmt vergessen, die Dokumente zu ändern, aber nein, die Freunde von Brians Vater meinten, nee, nee, der Sohn konnte nur lügen. In diesen Dokumenten, in denen drin stand, was mit dem Vermögen gemacht werden soll, steht nämlich ganz genau drin, ich zitiere, Brian, ich wünsche dir das Beste, aber mehr kriegst du von mir nicht. Brian hat dieses Dokument sogar verschwinden lassen, man weiß aber dennoch, was drin steht, weil jemand so klug war, das vorher zu fotografieren. Brian hat sich gedacht, sind die Dokumente nicht mehr da, dann kriege ich doch einen Anteil, aber so war es dann nicht. Im Jahr 2019 sagt man ihm, er bekommt nichts. Aber es gibt hier noch so vieles, was ich erzählen könnte. In der Zeit vom 2.1. hat Brian auch seinen Vermieter angerufen und hat gefragt, ob auf dem Grundstück Kameras sind, von denen er nicht weiß, dass sie da sind und was genau auf dem Grundstück gefilmt wird. Die Sache ist ja eigentlich klar. Allerdings könnte es auch sein, dass wir hier am Ende doch noch eine Überraschung haben, weil es gibt bis heute noch so viele Dinge, die wir nicht wissen. Zum Beispiel gibt es auch Leute, die Brian verteidigen. Er war unter anderem Mitglied in einem Club, wo man gegen Geld quasi so eine Art Motivationstraining bekommt. Brian war da angestellt und da ist er auch sehr gerne hingegangen. Er hat sehr gerne vor anderen geredet, über Erfolg philosophiert, wie man erfolgreich wird und die Mitarbeiter dort, die haben ihn in den höchsten Tönen gelobt. Er kam in diese Gruppe, weil Anna meinte, geh da doch hin, dann hast du vormittags ein bisschen was zu tun. Und Brian war, wie gesagt, da sehr beliebt. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, das Ganze sieht sehr spontan aus, vielleicht hat es bei Brian einfach Klick gemacht. Seine Ehefrau hatte so einen tollen Job und sie hat auch angefangen, ihn herunterzuputzen wie einst sein Vater, so du kannst nichts, du wirst nie etwas erreichen und eventuell hat es bei ihm dann einfach Klick gemacht. Es gab sogar Kollegen, die meinten, dass Anna eben auch ihren Teil zu der ganzen Sache beigetragen hat. Natürlich wollte sie nicht, dass das Ganze so ausgeht, aber viele sehen die Verantwortung bei beiden und Anna hat wohl auch schon angefangen, sich einen anderen Partner zu suchen. Sie hat anderen bei der Arbeit schöne Augen gemacht. Und dann gibt es noch die Geschichte mit dem Apartment. Anna besaß in einem Hochhaus mehrere Wohnungen und es kam dann später heraus, in diesem Gebäude waren einige Personen, die die Wohnung von Anna gemietet hatten und die haben diese Wohnungen benutzt, um dort Sachen zu lagern, die sie anderen weggenommen hat. Und bis heute gibt es Leute, die sagen, das ist der wahre Grund, warum Anna weg ist. Eventuell hat sie das gewusst oder eben nicht. Solche Leute mögen es ja gar nicht, wenn sie irgendwie auffliegen. Vielleicht hat Brian auch jemandem ein Gemälde verkauft, wo die Person danach gesagt hat, okay, du verkaufst mir eine Kopie, seh zu, wie du ohne Ehefrau klarkommst. Das kann halt auch sein. Und es wurde nie geklärt, ob Anna irgendetwas mit Brians Business zu tun hatte. Es gibt nämlich Leute, die bei Brian ein Gemälde gekauft haben, die haben dann versucht, mit ihm zu telefonieren und am Telefon war eine Anna. Diese Frau hat nie jemand gesehen. Manche sagen, das war nicht Anna. Brian hat wohl einfach irgendwie eine Frau engagiert, die die Ehefrau gespielt hat. Anna hatte damit nichts zu tun, aber das weiß man eben nicht. Der Prozess läuft aktuell noch. Ich warte immer noch auf das Ergebnis. Wir haben hier immer noch so viele Fragen, aber ich wollte euch das erzählen, weil ich bei meiner Recherche gedacht habe, irgendwann es reicht. Ich muss vielleicht mal den Anfang erzählen und dann gucken, wie es weitergeht, weil es gibt hier so vieles, was man erzählen kann, aber es macht es auch gleichzeitig so spannend. Brian ist nach wie vor der Meinung, er war das nicht. Bis heute weiß man nicht, wo Anna ist. Es könnte möglich sein, dass wir in alledem noch eine große Überraschung bekommen, auch wenn alles auf Brian hindeutet. Das muss nichts heißen. Das Letzte, was ich noch sagen kann, ist, dass Freunde von Anna sich momentan bemühen, dass sie die drei Söhne von ihr bei sich aufnehmen können, weil die befinden sich aktuell an einem unbekannten Ort, wahrscheinlich sehr weit weg. Die Behörden schauen nach ihnen. Man weiß bis heute nur, es geht ihnen gut. Die Freunde meinten, das ist ihnen ganz wichtig, dass sie die drei irgendwie bei sich aufnehmen können, dass sie an dem Ort aufwachsen können, wo sie immer gewohnt haben. Aber ob das klappt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil, klar, da geht es um Privatsphäre. Die verdienen ihre Ruhe, die drei. Ja, das ist eine Menge, er sagt, sie sagt. Wie gesagt, ich habe diesen Fall genommen, weil hier ist mal ganz vieles anders. Keine Bilderbuch-Ehe, alles ist irgendwie eindeutig, aber es kann immer noch sein, dass wir am Ende eine Überraschung haben. Wie gesagt, sollte es da irgendwelche neuen Informationen geben, mache ich wahrscheinlich einen zweiten Teil. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.